so die dritte teil der dritte abschnitt meines kleinen let's plays hier wieder mal die zeit anstellen ob hier alles erledigt habe denn dann kann ich ins erste dungeon sozusagen machen wir doch das mal also ich glaube dass es hier oben rechts sieht man ja wie die sonne untergehend ich vermute mal ganz stark dass es hier tag und nachtablauf hat und alle vier jahreszeiten auf drei tage anscheinend sieht durchaus ansprechend aus wie weit muss ich noch latschen um hier raus zu kommen das hat lange gedauert ok in die zylindrik cavern da sieht man rechts werden anscheinend die ressourcen angezeigt die man sagen kann und hier gibt es wohl so ein paar erfolge was man so abschließen kann oder wie man es abschließen soll 30 gegner 40 gegner in der nacht und zwei sterben das ist bestimmt der schwierigkeitsgrad aber dann standen wir doch das mal Kommt hier, kein Nickel! Du sch... kein Nickel! Ich frage mich, wofür ich diese Körner... sollen das Reiskörner sein, die ich da immer so... Ah, hier gibt es noch Metall, das wir können hier sehen. Vögel! Aua! Komm her, du blödes Sieb! Noch mehr Vögel! Das ist gar nicht so leicht! Komm her! Oh, man darf noch nicht mal unfair spielen. Liegt das Vieh am Boden? Kann man nicht draufschlagen. Ist ja nur fair. Ja. Gut, dann sollt ihr durch einen kleinen Erfolg bekommen. Dann Menü und Y. Junge, wenn du dir meine Unterhose anziehen würdest, dann wäre dir auch nicht so scheiße kalt. Die kleine sind so niedlich. Guck mal, ob hier was für Lungen gibt. Guck mal, ob hier was für Lungen gibt. Ja. Ich bin wirklich entspannt. Ich bin wirklich entspannt. Ah, ich bin wirklich entspannt. Du bist ziemlich wunderschön. Was ist in der Welt passiert? Dieser Dingus lost all die Seeds in der Wasser. Was? Das bedeutet, dass wir nicht riechen können? Wir können riechen? Wir können riechen, bitte. Ja. Wir haben nur noch nie gesehen, dass er die Verkaufs hat und nie selbst selbst gemacht hat. Dieser Ding ist tot. Ich dachte, du sagst, wir können dich vertraut. Wie planst du das? Es tut mir so, aber in Wahrheit, ich nicht nur die Skill für die Kampf, aber nur eine Art von Manual zu tun. Ich liebe die Verkaufsarbeitung, aber ich bin in der Tat. Ich bin nur in der Weg der Verkaufs. I assumed I was the only one here who knew anything about planting Reis, so I was inspired to succeed for once, but... I brought to Sandra upon myself and to make amends I shall slice up in my belly and... That is quite unnecessary. Spock! Stop right there! If you're gonna die, you in some place where we don't have to watch you bleed out! No... He can't kill himself because he can't eat Reis, okay. This is melodramatic, but cool. Oh, that monster is bad. Okay, okay. I cannot argue after being scolded by a person who is not of his land. Your name's Myrte, then? For your sake, we shall... This evening, we shall all feast on the meat I gathered and turn in early. That goes for you as well, shorty. What is it this time? I am good cook. Today, I will make meal from my country. It will be so good. Oh, okay. A dish from your country, you say? I do not know where you hail from. I shall give this meat to you, then. Cook us up something good. Okay, I will try hard. I have to think that he is again in the food porn world here. What is this? I am stuck, Hanks. It is disgusting, Hanks. I have to think that he is again in the food porn world here. Hmm, 80% rain probability and 23% warm. I have to think of the mess. I think that goes beyond merely being inept. Hey, Tama, what are you looking at? You're not thinking of putting me to work again, are you? Just consider how ridiculous it would be for a Harvest Goddess to plant the very rice she receives as an offering. No, it's not strange in the least. Our country's Harvest Goddess is abundantly... No mother, Lady Toyohana, worked the fields every year, as does the preeminent goddess, Lady Kamuhitsuki. Are you serious? Even the noble Lady Kamuhitsuki mucks about in rice paddies? Surely you jest. Be that as it may, we cannot entrust our continued livelihood to the children of men. Most are but women and children, after all. Do not worry. I'm sure you will excel. You are none other than Lady Toyohana's descendant, after all. I am confident in my knowledge of the process, at least. I'll teach you how to do it. Don't act all high and mighty after what you did yesterday! Okay, let's get the field to order... ... 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 so bin ich umsonst im kreis umher gedingst also hierbei muss man entgegengesetzt steuern das ist total jetzt nicht ganz so einfach da wollte ich es gar nicht hinlegen und da wollte ich auch gerade nicht hin okay drück ich nach oben gehe ich rückwärts also alles jetzt entgegengesetzt da muss ich hin ich habe keine ahnung vom reiseanbau kann man das so nah alles zusammensetzen ich habe keine ahnung komm ich will dann noch was in die mitte stecken sie setzt das tatsächlich dahin wo ihre pfoten gerade sind ich habe es geschafft einen in der mitte abzulegen oh wieder leer ich muss hier wieder na so langsam geht's falsche richtung mit jeder gamepad bewegung vom linken stick dreht ihr sich erst mal um ihre eigene achse das ist äußerst schwer aber ich denke in die zwei stück habe ich noch auch Es ist fertig! Ich habe sie sehr nahe zusammengezogen. Oh! Oh! Was ist das? Ein kleiner Scheißer wie eine Schmiede haben. Na toll. Okay. 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 Okay, da muss ich Ressourcen sammeln. Zutaten wird ja keine Ressourcen. Ist hier was? Schon wieder Spinnen in der Hütte. Okay. 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 Schade, dass wir die Aussicht nicht ein bisschen hoch aufgelöster gemacht haben. Oh, du bist hier gar nicht so matschig. Ich nehme also an, ich muss ja immer jeden Tag sauber machen. Ah, da kann man rumgehen. Oh, da geht's. Ja! So, bevor ich dann gleich den nächsten Abschnitt mache, oder den neuen, muss ich ein paar Zutaten grinden, wie es aussieht, dann mache ich hier erstmal eine Pause und mache dann den vierten Teil. Naja, wenn es auch weitergeht, wenn ich noch Zutaten habe, dann erstmal vorbei.